Der Prolog von Orid vom 26. Oktober Gedenken Der heilige Großmärtyrer Dimitrius Dieser ruhmreiche und wundertätige Heilige wurde in Thessaloniki geboren. Seine adeligen und frommen Eltern waren kinderlos. Doch auf ihr Gebet hin wurde ihm Dimitrius als ihr einziger Sohn geschenkt. So wurde er mit großer Sorgfalt erzogen. Dimitrius' Vater war Befehlshaber in Thessaloniki. Als er Vater starb, wurde Dimitrius von Kaiser Maximilian als Befehlshaber an seiner Stelle ernannt. Als Maximilian, der Feind Christi, ihn ernannte, gebot er ihm insbesondere, die Christen in Thessaloniki zu verfolgen und zu töten. Dimitrius gehorchte dem Kaiser nicht nur nicht, sondern bekannte in der Stadt Thessaloniki den Herrn Jesus Christos offen und verkündigte ihn. Als der Kaiser davon hörte, entbrannte er im Zorn gegen Dimitrius. Als er aus dem Krieg gegen die Samartianer zurückkehrte, unterbrach er seinen Weg in Thessaloniki, um die Angelegenheit zu untersuchen. Der Kaiser rief Dimitrius zu sich und befragte ihn über seinen Glauben. Dimitrius bekannte von dem Kaiser offen seinen christlichen Glauben und verurteilte zudem den Götzenkult des Kaisers. Maximilian ließ Dimitrius in den Kerker werfen. Da Dimitrius wusste, was ihn nun erwartete, übergab er all seinen Besitz seinem treuen Diener Lupus, damit dieser ihn unter den Armen verteilte und voller Freude entwartete er die nahenden Leiden für den Herrn Christos. Ein Engel Gottes erschien ihm im Gefängnis und sagte, Friede sei mit dir, o Leidenssolda Christi. Sei mutig und stark. Nach mehreren Tagen schickte der Kaiser Soldaten mit dem Befehl, Dimitrius zu töten. Die Soldaten trafen den Heiligen im Gebet an und durchstießten ihn mit Lanzen. Sein Leib wurde insgeheim von Christen fortgeschafft und unter Ehren bestattet. Heidendes Myrhenöl floss aus dem Leib des Märtyrers Christi und heilte viele Kranke. Bald wurde eine kleine Kirche über seine Reliquien gebaut. Luentius, ein illyrischer Adliger, war in einer unheilbaren Krankheit erkrankt. Unter Gebet begab er sich zu den Reliquien des heiligen Dimitrius und wurde völlig gesund. Aus Dankbarkeit errichtete er eine viel größere Kirche an der Stelle der Alten. Der Heilige erschien ihm bei zwei Ereignissen. Als Kaiser Justinian die Reliquien des heiligen von Sessaloniki nach Konstantinopel überführen wollte, ging vom Sarkophag feurige Funken aus und seine Stimme war zu hören. Halt inne und berühre dies nicht. Und so blieben die Reliquien des heiligen Dimitrius für alle Zeit in Sessaloniki. Als Schutzpatron von Sessaloniki ist der heilige Dimitrius viele Male erschienen und bei vielen Gelegenheiten hatte Sessaloniki vor großem Unheil bewahrt. Seine Wunder sind ohne Zahl. Die Russen betrachten den heiligen Dimitrius als Schutzpatron von Sibirien, das am 26. Oktober 1581 erobert und an Russland angeschlossen wurde. Der heilige Märtyrer Joasav war ein Schüler des heiligen Nifon, des Patriarchen von Konstantinopel und widmete sich auf dem heiligen Berg der Askese. Seine Liebe zu Christos war so groß, dass ihm all seine asketischen Werke als unzugänglich erschienen und das Liebe wünschte er, für den Herrn zu leiden. Aus diesem Grund ging er nach Konstantinopel, wo er sein Glauben an die heilige Dreiheit und den Sohn Gottes offen von den Türken obeikante. Die Wut entbrannten Türken enthaupteten ihn am 26. Oktober 1536. Gedenken des großen Erdbebens von Konstantinopel Im Jahr 740, während der Herrschaft des Kaisers Leo des Cisauriers, geschah ein furchtbares, langanhaltendes Erdbeben in Konstantinopel. Die Menschen betrachteten dies als eine Strafe Gottes für ihre Sünden und beteten mit tiefer Reue zu allheiligen Gottes Gebärden und zum heiligen Demetrius, bis sich Gott ihre Erbarmte und das Erdbeben aufhörte. Lobesünde Der heilige Großmärtyrer Dimetrius Thessaloniki verherrlicht seinen wundervollen Heiligen, den heiligen Dimetrius, den Diener des allerhöchsten Gottes. Dimetrius, der Befehlshaber, Diener des Schöpfer und Herrn. Der heilige Paulus drängte Thessaloniki mit Tränen, Dimetrius bewässerte die Stadt mit seinem Blut. Dimetrius, der Befehlshaber, Diener des Schöpfers und Herrn. Die Tränen des Apostels und das Blut des Märtyrers sind der Ruhm, die Rettung und der Stolz von Thessaloniki. Dimetrius, der Befehlshaber, Diener des Schöpfers und Herrn. Lasst auch uns christliche Soldaten verherrlichen, den myrenspendenden Heiligen und den tapferen Märtyrer. Dimetrius, der Befehlshaber, Diener des Schöpfers und Herrn. Betrachtung, ein Wunder des heiligen Dimetrius von Thessaloniki. Der heilige Dimetrius war zu Lebzeiten der Befehlshaber, Prokonsul von Thessaloniki, und er legte sein Amt auch nach seinem Tod nicht nieder. Die Menschen von Thessaloniki spürten seine Anwesenheit in Thessaloniki besonders in Zeiten großer Not. Er verteidigte die Stadt, hielt Unheilfern, warf Invasoren zurück und half allen, die seinen Namen anriefen. Hier ist ein wundervolles Beispiel seiner Hilfe gegenüber Menschen in Not. Die Barbaren fielen einst in Thessaloniki ein, konnten es aber nicht erobern. Sie gerieten dadurch in maßlose Wut, plünderten das ganze Gebiet und nahmen zwei schöne Mädchen in Gefangenen, die sich ihren Fürsten gaben. Die Mädchen konnten gut sticken und als der Fürst einige ihrer Arbeiten sah, sagte er zu ihnen, ich habe gehört, dass es in eurem Land einen großen Gott gibt, der Dimetrius heißt und große Wunder vollbringt. Stickt mir sein Gesicht auf ein Leihentuch. Die Mädchen sagten ihm, Dimetrius sei kein Gott, sondern ein Diener des wahren Gottes und ein Helfer der Christen und sie lehnten es zuerst ab, das Gesicht des Heiligen zu sticken. Doch als sie der Fürst mit dem Tod bedrohte, versprachen sie ihm, es zu tun. Sie beendeten ihr Werk am Tag des heiligen Dimetrius. Am Abend des Festes schauten sie auf, sein Angesicht und weinten vor Kulma, die eine von ihnen, weil sie das Fest in der Sklaverei verbringen musste und die andere, weil sie das gestickte Bildnis ihres geliebten Heiligen an den unreinen Barbaren übergeben musste. Und die beiden Mädchen beteten zum heiligen Dimetrius, ihn zu vergeben. Da erschien der Heilige und nahm die beiden Mädchen mit, wie einst der Engel den Propheten Habakkuk fortgetragen hatte, er brachte sie nach Thessaloniki und setzte sie in seiner Kirche ab. Dort fand die Nachtwache statt und viele Menschen hatten sich in der Kirche versammelt. Als sie von der wunderbaren Errettung dieser beiden christlichen Mädchen erfuhren, verherrlichten sie alle Gott und seinen großen Diener und Herrführer Dimetrius. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Petrus auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit wurde. Apostelgeschichte 12 Wie Petrus im Gefängnis schlief, mit zwei Ketten gefesselt. Wie die Gläubigen für Petrus zu Gott beteten. Wie ein Engel des Herrn im Gefängnis erschien, Petrus befreite und ihn hinausführte. Homilie Über das Herz, das für Gott vorbereitet ist. Bereit ist mein Herz, oh Gott, bereit ist mein Herz. Psalm 56, Vers 7 Gesegnet ist, meine Brüder, der dies zum Herrn sagen kann. Gesegnet ist, dessen Herz vollständig bereit ist, dem Willen Gottes zu folgen. Die Vorbereitung des Herzens eines Menschen besteht darin, dass er dem Willen Gottes mit Freude folgt und sein Inneres auf keine Weise durch seine eigenen Gedanken und Begierden abgelenkt ist. Der reuige König David war zuvor seinen eigenen sündigen Gedanken und Begierden gefolgt und er war wie ein Schiff, das auf einem stürmerischen Meer hin und her geworfen wurde. Als er jedoch erkannte, dass der Sturm ihn versenken würde, wandte er sich mit tiefer Reue unterdrehenden Gott zu und legte das Schiff seines ganzen Lebens in Gottes Hand. Bereit ist mein Herz, oh Gott, bereit ist mein Herz, rief er im tiefen Friede der Seele, denn er wusste, dass er sein Schiff in die Hand des größten Steuermanns gelegt hat. Der Sturm mag noch toben, Wind und Wellen mögen ihn bestürmen, doch er fürchtet sich nicht, denn er ist gewiss, dass nichts sein Schiff zum Kentern bringen kann und er friedvoll in einen ruhigen Hafen fahren wird. Ein bereites Herz bedeutet ein Herz, das vom Hochmut gereinigt ist und demütigt wurde von der erhabenen Macht und Weisheit Gottes. Ein bereites Herz bedeutet ein Herz, das frei ist von allen weltlichen Begierden und Fantasien und nur noch erfüllt vom Streben zu Gott und zur Liebe Gottes. Ein bereites Herz bedeutet ein Herz, das geheilt ist von aller Ruhelosigkeit, von Sorgen, von Ängsten und gestärkt und ermutigt ist durch die Gegenwart der Gnade Gottes. Singen will ich und spielen in meiner Herrlichkeit. So fährt der Psalmist fort. Dies zeigt, dass sein Herz wahrhaft bereit ist. Er ist nicht auf seinen königlichen Ruhmstolz, sondern schreibt alles Gott zu. Er niedrigt sich vor Gott zum Nichts und seine ganze Freude besteht darin, Gott zu preisen und zu verherrlichen. Seine persönliche Herrlichkeit ist ihm nur als Vorwand gegeben, um seinen herrlichen Gott zu rühmen. Und meine Brüder, lasst uns danach streben, dass unsere Herzen bald für Gott bereit sind, bereit, das Wort Gottes zu hören, bereit, dem Willen Gottes zu folgen, bereit, den lebendigen Gott zu verherrlichen. O Herr Gott, unser unsterblicher Schöpfer, hilf uns, unsere Herzen bereit zu machen, auf das wir Gefäße deiner lebensspendenden Gnade werden. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.